ja die jahre Leute und alle und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme auf einer Minecraft Adventure Map heute zusammen mit der Tussi Markus joo hallo und hier die geilen Features ja man muss mal sagen also das Texture Pack ist schon mal richtig geil und das Sound Pack ist auch ziemlich geil Das ist ein Test für Santa's Slay Sound Pack würde ich behaupten und damit Leute würde ich sagen das Resource Pack ist installiert wir spielen die Map Santa's Slay alle Regeln die es gibt Game Mode Adventure Mode das sind alle Regeln mehr können wir dann dazu auch gar nichts sagen ich würde sagen Blair ist 1 bis 4 naja Markus 3 ich 1 passt und damit startet der Map das ist nett Santa wants to see you right away follow me to his house okay wir sollen diesen scheiß Elfen jetzt irgendwie zu seinem Haus folgen zum Haus mit Santa hier ist wahrscheinlich oben sagt er User in your channel time down und er hat er macht es ein Disconnect und ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder es soll heute erst immer wieder Euro mit unserer Beat schließ jetzt auch dort und dann gehen wir mal in Centers Haus rein so wie uns das Elfchen uns gesagt hat ne ja das nehmen aber die Bildschirme ich feiere die Bildschirme so die Tüte bekommen Blue Perky oder erst wird was zeigte mir kein Film an auch ja ich denke was in Ende drüben macht das wieder zu jetzt kommt wir die Ende drüben Zombies oder so mit dem wie das er stellt sich darauf möchte jetzt auch das mit dem YouTube wird macht es ja nicht an dann sagt es das war mir nicht nur bei Santa hat es kommt jetzt kommt der andere von der Trügel aus also kommen lassen jetzt hochgehen hier so auch Kieper gemälde an der hier Santa Markus hier Santa Bernda we need your help last night on the final test run my sleigh crash you are the only mechanic in the North Pole and we need you to build a new sleigh it would be my honor Mr. Claus I will need a feather ink and paper to draw up the blueprints here I have a book that may help what the fuck we unterhalten uns hier mit Santa okay Santa will dass wir seinen Weihnachtsschlitten reparieren okay die weder ähnste Prozent 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 die Euro wenn sie jetzt müssen muss ich in der Linkseite ja hier Center zieht sich hier seine Privatpornos rein da auch ein Bild einer ganz bilder als der Kassel Center ist keine Macht aller ja okay wir müssen eine Fehler finden die ist unter dem Weihnachtsbaum Kamm das steht im netten Buch hier drin würde ich nicht der Mann wenn ich die Uhr die ganze Zeit im Kreis zurecht ja okay was die Feder wird dann eben auch unterm alt und auf die hier geht nicht auf ja auch nicht der DG Sinker ich hab's in der Sagen etwa Ken BV und in der Workshop jetzt müssen den Workshop finden da Workshop sein das Workshop ich hätte sie übersehen und wohin das müssen suchen Papier das spielzeug wieder einer das wieder wie am anfang das papier aber auch mit gemälde ich glaube dass es so wie nicht nehmen so viele mädchen ex-sohnert ob hier sind drohen hast du die drohnen hier unten gecheckt naja ich bin oben aber die drohnen hier scheinen alle leer zu sein ja nehme ich auch die papieren aus deutschen ich glaube das soll ja auch nehmen wie ich hier ja wir brauchen etwa steht nicht wie viel in meiner Wahl wo bist du eigentlich in oben da hin jetzt hier Jörg Borg Borg hier wieder ein Dancer und hier wieder ein böser Enderman der die Weihnachtsgeschenke klaut Robby hier aber er wird auch bei Robby aber in Rana und wo er reitete die Bordi dort liegt die Quatschen alle will durcheinander unglaublich die ZDF Regeln die Strecke jetzt müssen wir in die Garage und da hat es die Seiten slayerisch das sieht doch gut aus kreativ sein bei eddinger struktur ok legt die da rein alle ok willkommen hier um das design zu machen wort vor uns in die richtige reihenfolge nein wir müssen ein wort ausmachen schauen ich das hier verändern steht hier ein c b oder c hier l oder h weißt du er oder u wir müssen ein wort machen die uhr ab blub print muss das heißen wettig bei dem ecklub kundz er blüben so aus dem er gut bestehlosen er und lockt städte er ist erlaubt was ist er ist dann das liegt 20 wohl neun korts alle war aber gut 6 anbaus list of items ab hier blüten wo das dringend geschwindigkeitsdrängen das ist das hier job aber da müssen dann die alte ist rein hier dann kriegst du einmal ein bei der ein gut recht ob das jetzt so schlauer ob hier das rote schaf ist im stahl stables ja stables ist okay max rote schaf ist ein stahl wir sind alle aus der schäden wenn du in der schäden gehst und gehst ein ingots ich könnte noch neue schäden und du kannst eine schäden von der schäden die schäden ist jetzt geschlossen okay wir sollen in den storage room such den storage room dieser lege ja so leute das liegt jetzt an dem texchapec aber ich finde die maps sollten wir schon mit texchapecs spielen wo ist der storage und plan und wo ist die scheiß kolmein das liegt zu hart ne eisley island ist hier da müssen wir noch nicht hin da ist kolmein wahrscheinlich das hier sieht nach einer kohle mine aus ja ja kolmein hier sind mine karts drinnen setzt du dich auf die andere seite na auf die schräge musst du dich setzen du idioto also aussteigen und wieder abbauen du musst dich so hinsetzen wie ich sonst geht das nicht 3 2 1 go zir� dein im und im er wenn du in nicht es gar nicht verhören durch bin in die Wand gepackt ich auch gut weil ich auch wieder ja das ist schnell du what the fuck dieses Call Drop Drop Zone ist verschwindet, oh dead-end vielleicht vom Drop Zone Alter, ist das tot, ey neftschiff dir, ist gar nicht fast auch noch etwas zu retten, Alter mach doch los, ey I don't know aber die Minecraft nimmt mich mal lieber mit ja, sicher, sicher, ne wo muss man denn hin? ich geh voll auch mal ne fucker, ne ja, irgendwie ah, das ist Spanner mit ner Kiste wie, wie, da kann man hoch, aber da sind die Wand nicht, oder was? aufnahme jo, ich weiß ja, wir sind grad in einer drinnen wir waren grad ne Adventure Map ja, ja 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 wir hätten uns doch schwerter holen sollen ja hier ist alt gut jetzt weg hier was ist da teleport back to north pole you must have island first ja ah ja all about und dann gehe ich mal weiter ah, legge ja, mach das ist kommst du dann später wieder? ich geh schon runter ok user left your channel so dann haben wir jetzt das iron mhm das heißt, da kann man auch nicht drüber über diese dinge ne, kann man nicht das heißt, wir gehen wieder zu dem Scherenmann, Max oh, unser Speed ist weg wir wollen hier wieder Speed nehmen nice hier ist die Wolle ja, und die Wolle ja, und die Wolle ja, und die Wolle achso, wir haben keine Wolle wir haben schon mal die 20 Wolle ja nix nix fuck, alter modul was ist da oh, nein we come to jump nein na, der 1 lol 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 das ist Schleimbälle ach, egal dies is happy, yes na, wir 2 ich hab' checkpoint jetzt hier gemacht, denke ich irgendwo wird jetzt ne Leiter sein, hoffe ich hey, wie hast du's geschafft, oder? da, da ist jetzt ne Leiter ganz bei mir hochklettern ja, einfach Dauerrennen und immer hüpfen oh, ich bin drüber gehüpft hier ist ne Leiter mhm happy oh fuck da hab ich mir drüber gesprungen ja, ich bin beim ersten Mal auch drüber gechampt yes yo man level 3 oh man, lava wie und fährst die Scheiße what the fuck oh geil der will uns richtig haben wissen und lässt mich in Lava droppen ja, wir hätten vielleicht doch nicht die Speedportion nehmen sollen ja, ich glaube auch ah, man kann nicht in die Lava fallen hat er uns nicht bei der Decke drüber Glück gehabt ok, ich hab' nicht weiter level 4, man ja, ich geh' aber vor hier, weil diese Scheißdinge natürlich nicht nein nein beim letzten, beim letzten verkackt beim letzten oh das nicht dem bleiben nee, was ich hab' verkackt ja oh, gut jetzt hast du es geschafft das hab' ich nicht verkackt das hab' ich verkackt das hab' ich verkackt oh no oh geil bei dir drüber äh man eh jetzt bin ich drüber gelaufen einfach oh, Musikleute, jetzt beginnt die geile Musik hier mal weil hier sind nämlich richtig geile Musiktitel dabei, Jingle Bass, Stille Nacht was ist das gar nicht das kenn ich auch irgendwo her, ich hab' den geschafft ok aber ich weiß nicht, was es ist also, falls ihr wisst, was das für ein Lied hier ist, könnt ihr das auch gerne mal schreiben aber ich hab' echt keine Ahnung toll hä oh, ne nein also, der hier ist schwierig weil du nach oben und um die Ecke und alles gleichzeitig machen musst na, wieder zu spät gedrückt na, lol ja, immer der da verkackig immer bei dem er war im zweiten oder dritten verkackt immer dahinter, weil zwischen vier und fünf verkackig immer als bin ich drüber gehöft nein nein man ich hab' das geschafft das ist von Harry Potter, oder? keine Ahnung, ich höre sie nicht ich glaub' schon ich glaub' das hier ist tatsächlich von Harry Potter Harry nee das kann doch nicht sein wie sonst das die anderen haben wir doch auch alle geschafft ich hab's auch was geschafft kann man ja das der eigentlich festhalten, oder muss man die alle einzeln drücken nein ja festhalten ein gewöhnlicher beim dritten vergleichst du es wenn ich weiß schon viel weiter weil ich weiß jetzt hier drauf er hat da drauf schon noch nicht gefallen ach komm ich bin doch mal geschehen kann ich an kann ich an kann 9 das ist es man schafft den Sprung nicht manchmal die Kenntik entdecken das ist unglaublich das ist voll leicht ich hasse aber die Slime-Champion-Runs die anderen habe ich geübt aber die Slime-Dinger die hasse ich einfach wie die Pest weil die habe ich noch nie gemacht wirklich wenn das jetzt richtige Blöcke wären dann wäre es schon einfacher dann wäre das Ding hier wahrscheinlich ein Klacks aber nein es ist dieses scheiß Slime-Zeug wo du nicht nein wieder beim vorletzten nicht gesprungen ist so ach komm jetzt sprig doch mal designs ich netzig natürlich so wir waren von der bateige wahrscheinlich hat man da aufnahme schon nicht viele starbste spenden also das ist einfach der mal passiert einfach nicht drücken es passiert nichts daher läuft ein drüber er ist so ja ich jedes mal hier ist einfach jedes mal der vorletzte bei dir auch wieder der vorletzte weg im leid zack 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 und da rutsche ich über den ihr drüber die leute ich würde sagen jetzt kann der erste mal ein kleiner cut und ihr seht dann den versuch wenn wir es geschafft haben bis gleich für den fall dass du es schaffst genau ja auch manchmal so fast geschafft nicht aber dann wird es jetzt habe ich den ersten gefällt in er hat man kann lust mehr und dann nachher er probiert sich noch mal mit drogen das bietet facken geschieht er was neid ich werde auf dem letzten mit aber geht die drogen für die lösung leite die drogen sind die lösung ich drüber gehöpft von der wollte ich nicht springen nein ich bin ich zu kurz geöffnet schon kurser kursiert die erst welcher ist die drogen waren die lösung und weiter geht es weiter geht weiter geht es jetzt hier wieder ganz normal ganz normal wir sind wieder zurück wir haben es geschafft ihr habt gesehen wie es geht die drogen waren die lösung was da alle mussten also erst ein paar mal hüpfen lassen und dann sneaken was da drogen bing gut zu wissen dass man mit sneaken das hüpfen verhindern kann das hätte man beim jump and run auch nutzen können auch aua wir hätten hier nichts nie gesagt wo ein und halb herzen kotz glücke quarts quarts von die menschheit teleport ok wohin mussten wir jetzt mit dem ah das quarts haben wir gary forest ok wo im wald der einzige dunkle eichenbaum kann nur in aber wir haben es mit dem axt er ja der schweigen wald und holz hat da nicht wo wo bist du wo bist du wissen du keine Ahnung hat er hier was ist möglich weil sie auch schon gesehen als die alle entgegen zu merken alles was wir lesen sollten zu merken ich heiße eine durchreichtlichen er nimmt er kann sich nicht mehr statt hier steht jetzt wieder was wird er mal ist anloblich die leckige leckige jahre in der Nähe ich und das hier ist gary forrest ich hab's alt weil sie ein bisschen langsamer laufen damit die fps-zahlen hochgehen die idee fände ich eigentlich cool mit dem einsamen verschiedene missionen und so muss ich sagen ne können wir nicht hier wir können dann nicht mehr drüber hüpfen wenn das wird durchgehend totaler Heiko mehr nur zum Weg der Sauer herzend er hat heute einfach nicht die ich die leckere dort r erbrennen Köln L3 wo das noch die Lava aber ich habe immer noch Speed Drogen für 10 Sekunden 2 Minuten 30 Sekunden so rum jetzt ich denke hier und ne? Berg hoch ist immer gut von Scary wir müssen hier den einzigen Baum finden und der einzige Baum ist immer auf der Spitze eines Berges er ist ja da ist er da Teleport Block nein noch nicht naja schon Getting Wood wie viel brauchen wir davon ähm kann mich nicht mehr erinnern das steht auch nicht in meinem Buch das steht nur holen da war ein Ding Plan drinnen oben äh beim Santa's Haus oder so ähm wo der Plan war sag mal einfach mal 20 oder so sag mal aber kann einfach den ganzen Baum ab mach ich gewass ich habe eh schon fast alles so jetzt haben wir alles da ist nix mehr go back ne? jo macht es Eicycle Island Aber zuerst müssen wir zurück in die Garage glaube ich oder? oder warte? Ah ne 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 wir müssen weiter lesen ein Hebel Eicyland ja Eicyland ja wo die Elfen fischen gehen da müsste ein Hebel auf dem Boot sein das heißt die Einheit Das heißt die Einheit hat man ja schon mal gefunden Was für ein Boot? Keine Ahnung irgendwie soll dann Hebel on board sein Das heißt die Einheit hat man ja schon mal gefunden Was für ein Boot? Scheiße gib uns beiden wieder Ich fahr auch wieder Boah aber nicht mehr auch immer da Mann Drogen I'm on Speed motherfucker ok hier rum hier rum Hey stopp! Ok hier ist nichts sah so nach nem Gang aus ich werde da ist nämlich irgendwo einfach was versteckt Alter mit den Drogen ist das schon vor allem hier habe ich jetzt 60 FPS dauerhaft Ich check's nicht Ah hier gehen wir Hast du hier auch perfekte Frames wieder? Ich bin hier mit 60 rum Ok Ah ja und Ah hier gehen sie angeln Ja du brauchst keine Angeln Oh Ah hier sind Fische Woah 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 Respiration Helmet Bitch Jetzt kann ich länger unter Wasser atmen Ja man die Fische Und jetzt habe ich auch noch geile Schuhe Scoobah Oh hier ist auch Helm Ja Deathstrike Kann man eigentlich mal auf meine alten Fische hier? Memo Ich wette Ja hier im Eck Da ist noch was Wie lange kann ich jetzt eigentlich unter Wasser atmen? Wo ist denn das jetzt? Ich atme immer noch Alter wie lange ich unter Wasser einfach atmen kann? Keine Ahnung hier irgendwo muss es sein Äh schau mal da vorne Das ist das versunken Schiff da Welches Schiff? Siehst du das nicht? Ja okay Ne ich habe andere Chunks wie du Tauch mal kurz auf dann siehst du es hier Unter Wasser sieht man schlecht Aber hier siehst du es? Ah Das sind kreuzte Oder so Das ist der Mast Ja Ja Daran habe ich erkannt Ich habe mir gedacht Das war ein Dester Okay hier kann man Luft holen Aber ich habe jetzt ein Big Respiration Ich kann so lange unter Wasser atmen Ich kann jetzt mal unter Wasser atmen gehen Ach das sind noch Ich stehe am Meeresboden und angeln nach oben Ja das ergibt Sinn Leute Das ergibt Sinn Siehst du meine Angel? Ich schreit im Vorhang Das ist mein Glück Mein Glück ist das allgemein kein Sinn Ob ich das erkenne jetzt wenn dann Fischern beißt Das wäre so geil Ich versuch's Das müssen wir jetzt suchen Ja ne Ich soll mal Luft wollen wieder Ah Aber hier ist Luft nur Ja 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 Ich bin auch schon drin Aber ich glaube hier ist was Ja ich auch nichts Ich hab was zum Mastfunk Irgendwo muss der Hebel sein Irgendwo Ja Push無 gebar Hälfte Na ok Wir drücken ihn What ok Ok wir sind in irgendeiner Eishöhlichbeheit wäre doch lieber die Axteisswaffe nichts ich gehe mal rechts rum oh da ist eine Droh ich habe was find and shoot ich habe sechs Buttons ich habe hier ein Minigame ich habe hier ein Jumpin' One ich habe hier ein Minispiel aber Alter muss ich die mit der Einzelhause schießen und verkreist das Wächter Schalzen ist ich glaube ich muss jetzt mit Hilfe der Angelknöpfe drücken geht es überhaupt euch hat Bögen Jocky die brauchen wir hier war vier Bögen die Hälfte das schon immer das ist mit der Angel machen dass sie übel geworden in der Hand Doppel 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 der Anwendung der Schöpfung geschenkt kommt jetzt einfach ist mehr die nach dem Bogen er ja hier und hier noch für sie sind dann ist es ich hätte sich die und dann geht es um die Hälfte von sich selber wieder eingesteckt auch ich denke 32 reichen um 6 Knöpfe abzuschießen in erster oder nicht überall verteilt daumen Eck ist einer 0 alle ich habe 2 3 was ist meine Hunde deiner er getroffen hat er die besser kann man nicht treffen da unten ist noch eine in dem Tunnel abkühlen größer zu einer um da und da den habe ich schon ja ne ich dachte nachdem ich schon da muss man hüpfen für okay ich bin ich hier neben musste ich hüpfen er wurde mein Bogen wieder weggenommen naja auch stopp die Ehebisse ja gut aber erst noch den Rest durchsetzen da hinten geht aber alles leer ich denke das war alles nur die Verstecke für die Knöpfe ja muss dann weg oder ja und schon sind die E-Pails wieder weg Candyland ist jetzt unlockt Candyland wow Candyland okay Eisengitter können nur bei Candyland gefunden werden Candyland aber auch bei der auch es heißt er kann die Wahrheit ist er die Kriterien Prozent wenn ja wurde die Karte offiziell mehrmals in unserem Video erwähnt für jeden Fall möchten Sie darauf hinweisen dass wir die Rechte auf diesen Namen auch haben und diesen Namen verwenden dürfen bei der Information lesen Sie das Gendertück klein gedruckte Euro in den Arzt oder Franksler Brottinger so auf Wiederschauen und deren Sozialberater ja ja die ganz sozial sind auch schon mal Candyland ich glaube hier kommt jetzt keine Ersten über die Erste aber macht ich habe Angst Christmastrieger okay what the äh nicht keins von wie heißen die Rehentiere von dem Weihnachtsmann Prozent Prozent was ab ich hatte die Grunde auch Prozent mit dem Weg er ja das ist jetzt witzlos welcher von denen ist nicht ein erkennt ihr von Weihnachten mann ich kenne nur Rudolf-Durthmeyer die Hälfte auch ich denke lecksen doch es war richtig Mann die grünsch wirst du christmas wort warst du es halt zu small achte schade ich habe mir dann schon was war zu klein sein herz oder war es nicht sein herz sein hut seine schuhe sein gehirn oder sein herz ich hätte gesagt es war das herz oder ich glaube auch ja wo er hat er sich nicht eggnog es ist noch gar nicht bestimmt irgendwas zu essen was ist dann nicht drinnen ich hoffe nur wenn es nicht ganz so gesund an der 12 days of christmas wird stehlen Goldwing zu geben aber wir gehen gerade jünger wer hat sie bei mir hat er auch gehört an den zwölf tagen von weihnachten an welchen tag wurden die gold ring weihnacht hat bei uns keine zwölf tage es ist so am dritten alle guten Dinge sind drei okay so wir sind schon ziemlich gut muss ich sagen roten nun wieder christmas klo nicht jk rowling nicht shakespeare oder charles jungen christmas ja auch nicht ich denke dora drei von fünf nein wir müssen es alles raus sind kleckser okay wir bleiben hier mal bei klecksen beim zweiten bleiben wir bei es hart wir bleiben jetzt mal vor allem gleich und verändern nur das letzte flur gerade hatten wir drei von fünf hier haben wir am dritten gesagt das denke ich ist natürlich mal shakespeare ich würde sechs sechs vier jährchen herrn und sechs bis immer mal nein aber okay damit wissen wir schon mal dass das andere auch nicht richtig war das heißt es muss beim letzten haben der design g merken die buchstaben b weil dann geht schneller d a und hier war es ein toll hier so b b doch b und hier haben jetzt gesagt ist es mutter fack war das gerade wir haben jetzt gesagt was nicht shakespeare und nicht markt wenn haben wir gesagt mehr dann mach ich ja kein wohl gegen das neue keller und ist von harry potter und heißt nicht lassen der ist richtig jetzt müssen wir noch die andere falsche antwort rauskriegen Kaffee Kp oder mehr ja gehen ich würde sagen verändern mal das Flur oder da noch mal ist sogar es zählt kein Zucker so ein 4 3 und hier was da ich weiß die Gäste das Ding jetzt ist drei von dort okay Flora richtig also Flora richtig dann ist es bei die Rentiere denke ich oder am Tag an welchen Tag dann nehmen wir noch mal Prenzler Prenzler ist hart das war auf jeden Fall schon mal ich denke es hart ist richtig da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher hier war Flur richtig hier haben wir drei und hier war es A 3 von 5 hä dann war Ding auch richtig Klexa ne dann haben wir eigentlich ziemlich gut am Anfang gearbeitet Flexa war richtig ist hart haben wir gesagt ist richtig dann Flur ist richtig das haben wir bewiesen so und da war man ja noch mal 5 5 ja und das ist die Letzte nennen das ist A er ist er ist er einfach nur der 5 DG darum haben wir sie ein Maß bekommen und dann zurück in die Geräte schiebt dann er wird Pien sie richtig der Asch ist hier links okay okay wir rocken das schon hier so ein bisschen ach so der braucht da wir hätten nur einen Block abbauen müssen von dem boot um hier hat der wird sobald wir sind hier Lerner Quartz wohl allen was Was machst du? Keine Ahnung Nimmst du nicht die ganze Zeit der Holz raus? Ja Hä? Ah Ich hatte noch einen Quarz Ah Let's watch Alter Null Ho 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 Merry Christmas Okay Hast du auch Party Mucke? Nee Ich habe jetzt Jingle Belt mit Gesang, Alter Party Party Jo Leute Die Adventure Map würde ich sagen War eigentlich mein geiler Erfolg Okay war ziemlich cool Bis auf ein paar kleine Leggets Aber das passiert immer mal wieder Das nächste Mal bin ich wieder unterwegs Mit meiner heißen Freundin her Markus Wir werden vielleicht in nächster Zeit Ein paar mehr Adventure Maps machen Weil wir im Moment Ferien haben Und dann so ein paar Sonderfolgen Würden euch bestimmt nicht schaden Und damit würden wir sagen Sehen wir uns das nächste Mal Nachdem wir die Musik genossen haben Servus und tschau Tschau